Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Deutschland Diagnose Spezial. Was läuft alles falsch in unserem Land? Und unser Spezialthema ist heute 20 Jahre Euro. Vor 20 Jahren ist der Euro als Bargeld eingeführt worden. Und wen könnte ich mir da als besseren Gesprächspartner wünschen als Peter Böhringer. Er ist haushaltspolitischer Sprecher unserer AfD-Bundestagsfraktion, war in der vergangenen Wahlperiode auch Vorsitzender des Haushaltsausschusses und ist ein absoluter Experte zum Thema, du würdest sagen, Euro und EU und Europa. Also genau zu diesen Konstruktionen, die um die Europäische Union sich ranken und insbesondere die währungspolitische Seite desselben. Tja, 20 Jahre Euro kann man da eine positive Bilanz ziehen, Peter? Die kann man definitiv nicht ziehen. Also das Thema lässt uns nicht los, auch nach 20 Jahren nicht. Ich schreibe in der Tat seit ziemlich genau 20 Jahren, vielleicht sogar noch etwas länger über dieses Thema. Ich kenne Leute, die noch erheblich länger darüber schreiben und inzwischen ist ja auch einiges durchgesickert, vielleicht über das wir heute auch noch reden, über die Genese und den Vorlauf vor 1999, 2002, vor der Euro-Einführung. Vieles, was wir heute erzählen werden, ist erst im Nachhinein zusammenreinbar gewesen. Vieles ist auch erst zwar prognostiziert worden, aber Stichwort Euro-Rettung oder auch jetzt praktisch schon die Schuldenunion vorhergesagt worden. Aber man kann es halt jetzt erst beweisen. Das Problem ist, dass der Michel und der Deutsche die Eigenschaft hat, Probleme erst dann als solche zu erkennen und auch wirklich aktiv zu bekämpfen, wenn sie an seine Gartentür klopfen und wirklich unübersehbar sind. Und das ist bei Finanzthemen leider häufig nicht der Fall. Aber es wurde fast die gesamte Malaise vorausgesagt, über die wir jetzt gleich reden werden. Ja, genau. Also als 2002 der Euro eingeführt wurde, war ich noch Schüler. Da war die größte Malaise, dass ich plötzlich, also man hat ja dieses komische Kunststoffbeutelchen bekommen mit den 17 Euro irgendwas drin. Und dann passten tatsächlich diese Euromünzen nicht in den Telefonmünzautomaten in der Schule, mit denen ich pflegte, zu Hause anzurufen, wenn ich mich mal verspätet habe. Aber solche Malaise sind wirklich klein im Vergleich zu den großen Katastrophen, die der Euro tatsächlich angerichtet hat. Was ist denn für dich eigentlich so die größte Erbsünde dieser Vero? Also die Erbsünde ist die Einführung, wobei ich noch eine Anekdote dann auch noch reinbringe. Diese Säckchen, viele wissen es ja vielleicht noch, gab es als Länderkollektion von jedem, der ich glaube damals 17 oder 18 Euro Stadtnation. Und inflationstechnisch ist das heute höchstens noch die halbe Kaufkraft. Mit der einzigen Ausnahme Vatikan und ich glaube Malta. Diese haben inzwischen doch erheblichen Sammlerwert. Die ersten amismatischen Ausstattungen, die sind wirklich in kleinen Auflagen geprägt worden. Schauen wir mal, wie lang es die ein- und zwei-Cent-Münzen überhaupt noch gibt. Aber zu deiner Frage, ja, das ist ganz einfach. Die größte Erbsünde war die Einführung. Es gab wissenschaftliche Abhandlungen von Akademikern allen Grades und vor allem Ökonomen natürlich, die klar gesagt haben, in einem derart heterogenen Wirtschaftsgebiet wie der heutigen Eurozone darf man keine gemeinsame Währung einführen. Es muss schief gehen. Es kann nur geheilt werden durch Transferzahlungen. Das ist immer noch der Status, den wir heute haben. Oder eben durch Abwertung, Aufwertung. Das ist aber per Definition verboten. Das war ja eben im EQ, in der EQ-Welt, in der Welt vor dem Euro noch möglich in gewissen Grenzen. Man konnte auf- und abwerten. Aber genau das war ja nicht mehr gewünscht. Das heißt, dieser Ausweg war dann auch weg. Und dann blieb nur noch zur Vermeidung von massiven realwirtschaftlichen Ungleichgewichten die Kürzung oder Erhöhung von Löhnen und sonstigen Stückkosten, um die Realwirtschaft so auszugleichen. Was aber, das wurde vorausgesagt und was sich heute auch belegt hat, nicht machbar ist. Die Volkswirtschaften gleichen sich nicht realwirtschaftlich an. Sie haben es jahrzehntelang über den Wechselkurs gemacht. Ich erinnere mich an meine Jugend. 20, 30 Jahre vor dem Euro hat Italien mit schöner Regelmäßigkeit zwei, drei Prozent gegenüber der D-Mark damals abgewertet. Und die D-Mark entsprechend aufgewertet. Das Gleiche gegenüber Griechenland, mit Abstrichen auch gegenüber dem französischen Franc, gegenüber der Pesete und so weiter. Und es gab so etwas wie ein massives Handelsbilanzüberschuss oder Defizit, gab es nicht in der Vor-Euro-Welt, weil es der Wechselkurs ausgeglichen hat. Und das ist die Kausalkette, warum alles schief läuft und warum wir es heute in der Finanzebene mit permanenten Transferzeilungen heilen müssen mit immer größeren Summen. Da will ich jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, weil viele Zuschauer mit vielen Fachbegriffen noch wenig anfangen können. Das soll sich aber durch diese Sendung ja genau ändern. Also wir haben genau dieses, du bist immer wieder auf Auf- und Abwertung zu sprechen gekommen, die jetzt in diesem Euro-Raum nicht mehr möglich ist. Gleichzeitig sagen ja Volkswirtschaftler, dass eigentlich die beste Art der Wirtschaftspolitik die Geldpolitik ist, weil man durch Geldmengensteuerung und auch die Zinssteuerung im Wesentlichen steuern kann, wie lohnenswert oder wie gut durchdacht, sage ich jetzt mal, Investitionen sein müssen, damit sich sozusagen die Investition dieses Geldes lohnt, das ja entsprechend eigentlich nur begrenzt verfügbar sein sollte. Du hast gerade davon gesprochen, dass sich realwirtschaftlich, also quasi durch tatsächliches Produzieren und Handeln, die Länder tatsächlich nicht angleichen können. Und das insofern auch die Experten immer gesagt haben, dass eine Aufwertung und Abwertung zwischen den Volkswirtschaften den ausgleichenden Effekt hat, den man quasi braucht. Aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Warum braucht man Auf- und Abwertungen? Gerne. Ich möchte noch einen Schritt zurück. In einer ganz idealen Welt aus meiner Sicht gibt es keine Geldpolitik, es gibt es keine Zentralbank, gibt es ein statisches Metall, das zum Beispiel Gold sein könnte, eine goldgedeckte Währung, so wie wir es bis 1914 fast überall hatten. Es gab es, das ist keine reine Fiktion, es lief Jahrzehnte und sogar jahrhundertelang gut. Es gab keine Zentralbanken mit Macht. Die modernen Zentralbanken sind alle Erfindungen des 20. Jahrhunderts und selbst bis 1971 war das alles noch eigentlich faktisch indirekt goldgedeckt. Man konnte bis 1971 einen Dollar noch auf ein Fünfunddreißigstel einer Goldunze taxieren und jede andere Währung der Welt auch. Es gab keinen Raum für Geldpolitik. Das ist also eigentlich eine relativ junge Idee, ist genau 50 Jahre alt jetzt. Aber du hast trotzdem recht, in dieser modernen Welt, der letzten 50 Jahre ist es so, dass die Geldpolitik immer wichtiger wird, immer dominierender. Trotzdem würde ich nicht so weit gehen, zu sagen, dass Geldpolitik alles heilt. Das ist nur der Ausweg. Der ideale Weg wäre, dass eine Nation A mit der Nation B ein Handelsbilanzgleichgewicht hat. Das heißt, die einen exportieren so viel an die anderen wie umgekehrt, sodass man im Idealfall keine Überschüsse hat. Das hat sich aber in der Praxis nicht so gezeigt und das hat verschiedene Gründe. Das geht ein bisschen tief in die Kulturpolitik rein. Es gibt nun mal Nationen, die sind nicht so aktiv und das ist jetzt kein Rassismus oder sowas, es ist einfach Jahrhunderte, Jahrtausende lange kulturelle Erfahrungen. Die machen lieber laissez-faire und lassen es sich gut gehen und andere sind etwas härter am Arbeiten. Ich nenne jetzt bewusst keine Namen. Das ist auch nicht vorwerfbar. Das ist freiwillige Entscheidung von Menschen und Volkswirtschaften insgesamt. Und das wurde, ich sage es jetzt mal, etwas allgemeiner. Bei den romanischen Mittelmeerländern war das traditionell so. Die haben damit gelebt, dass sie weniger exportiert haben, als sie importieren mussten. Das geht aber per Definition nicht gut. Das heißt, man muss jedes Jahr seine Währung abwerten. Und das haben die traditionell gegenüber den nordeuropäischen Währungen immer gemacht, sodass Deutschland oder auch Holland oder auch Finnland immer relativ viel exportieren konnte. Und die Italiener konnten das auch tatsächlich importieren, aber sie mussten immer mehr Lire drucken. Und damals gab es eben bis 1999 noch nationale souveräne Notenbanken. Die konnten das faktisch tun. Es wurde ihnen auch kreditiert. Das heißt, es gab Kredite dafür. Und es hat aber zur Folge gehabt, dass diese Währungen permanent abgewertet haben. Aber das Handelsbilanzgleichgewicht, das einfach so wichtig ist, blieb erhalten. Und in dem Moment, in dem du den Mechanismus wegnimmst, also 1999 mit der Euro-Einführung, gibt es eben diesen Effekt der Auf- und Abwertung nicht. Es war ein fixes, fixer Umtauschkurs auch für die jüngeren Zuschauer. Am 31.12.1999 wurde die D-Mark zu 1,995 D-Mark pro Euro fixiert. Alle anderen EU-Eurowährungen auch. Und so waren sie untereinander fixiert. Und damit ging es nicht mehr. Man konnte dann nur noch realwirtschaftlich darauf hinarbeiten, dass es keine Handelsbilanzüberschüsse und Defizite mehr gab. Und was bedeutet das in der Praxis? Das bedeutet, dass das Land, das zu viel importiert und zu wenig exportiert, seine Löhne runternehmen muss. Dann werden automatisch seine Exportgüter günstiger. Es wird mehr exportiert. Und umgekehrt, die Importgüter werden teurer und es wird weniger importiert. Und dann stellt sich das Gleichgewicht wieder ein. Und das ist der einzige Ausweg, den es gibt, wenn man nicht dauerhaft Handelsbilanz und Gleichgewichte zulassen darf, will, was ein unnatürlicher Zustand ist. Trotzdem haben wir ihn jetzt seit 20 Jahren. Darauf kommen wir gleich. Und das ist das Problem des Euro. Der Euro ist nur der Sündenbock. Er ist ja nicht das Problem selbst. Er ist derjenige, der es ausbaden muss und es kann nicht schiefgehen. Und das ist das, was ich eingangs gemeint habe. Heterogene Währungsräume sollten keine gemeinsame Währung haben. Das wurde Mitte der 90er Jahre, als die Debatte ja sehr heiß lief. Wir können vielleicht auch noch weiter zurückgehen in dieser Debatte. Wurde das vorausgesagt und es ist schiefgegangen. Es ist schiefgegangen, bevor wir zurückgehen. Du hast ja einige Daten eingeflochten. 1914, die Abschaffung des Kreuzstandards. 1971. Es fiel die Deutsche Bundesbank. Darauf werden wir gleich eingehen. Aber ich möchte erst noch mal die negativen Konsequenzen beleuchten. Du hast davon gesprochen, dass sozusagen dieser Mangel im System, dass es keine Auf- und Abwertungen mehr geben kann, dass er durch Transferzahlungen ausgeglichen wird. Und diese Transferzahlungen sehen wir ja in einer Politik, die die EZB zum Teil jetzt auch macht. Wir sehen sie auch an solchen Kennzahlen wie die Tage-2-Salden, die beispielsweise ja fast eine Billion oder haben sie mittlerweile die Billion schon geknackt? Ich glaube, 1,1 sind wir schon. 1,1 Billionen Euro beträgt bei einer Gesamtgeldmenge von 14,5, was wir auch immer wissen. Also das sind schon erhebliche Maßstäbe, wo Deutschland sozusagen einfach Geld ausgegeben hat. Das ist zwar angeschrieben, aber das sind faktisch auch Transferzahlungen, wenn man das sich so real betrachtet. Oder worin äußern sich jetzt genau eben diese Transferzahlungen, die jetzt nötig sind und damit auch im Endeffekt ja der Geldabfluss, den es aus Deutschland gibt? Ja. Als der Währungskurs fixiert wurde, also 1999 und dann 2002 mit der Bargeldeinführung sowieso, ist zunächst mal gar nicht viel passiert. Die Realwirtschaften waren ja im Gleichgewicht aus der Zeit davor. Es gab ungefähr gleich viel Importe und Exporte. Es ist wirklich nicht viel passiert. Es gab auch eine gewisse Disziplin. Das wurde ja auch in der Politik beschworen vor 1999 und dann danach immer noch kurz. Das hat zwei, drei, vier Jahre gedauert, bis das zum ersten Mal aus dem Ruder lief. Und dann haben die ersten Nationen gemerkt, bewusst oder unbewusst, wir können Geld drucken, mehr in Umlauf bringen in unserem nationalen Bereich, damit unsere eigene Wirtschaft, kainzianisch gedacht, unterstützen und Strohfeuer entfachen. Und die Inflationierungsfolgen, die normalerweise in einem nationalen Währungsraum immer sich gezeigt haben, es ist einfach so, wenn man mehr Geld druckt bei gleicher Gütermenge, dann gibt es halt Inflation. Die Inflationsfolgen wurden dann plötzlich sozialisiert über den gesamten Euro-Raum, über den neuen Euro-Raum. Das ist das, was bis heute das Problem darstellt. Man kann aus dem Euro Vorteile ziehen, indem man einfach viel Geld druckt und die Inflation bleibt nur zum ganz kleinen Bruchteil im eigenen Land hängen. Das ist ein großer Vorteil. Ich sage aber dazu, eigentlich wurde uns von Kohl, Weigel, Genscher und allen anderen in den 90er Jahren hochenhaltig versprochen, dass genau das nicht passieren dürfe. Im sogenannten Maastricht-Vertrag von 1992, der ja den Euro begründet hat, wurde ein Artikel, der heute Artikel 125 Europaverträge heißt, eingefügt, no bailouts, keine Transferzahlung. Und das wurde aber schon, es wurde in Form von Stabilitätsregeln von Maastricht gegossen. Ich rezitiere das jetzt einmal, auch wenn es etwas technisch ist, drei Prozent maximale Neuverschuldung eines Landes bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt pro Jahr oder maximal 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes bezogen ebenfalls aufs BIP Gesamtverschuldung. Das waren die zwei wichtigsten Stabilitätskriterien. Und schon 2003, also nur zwei, drei, vier Jahre nach Einführung des Euro, wurde das zum ersten Mal gebrochen. Interessanterweise sogar von Deutschland selbst. Es war aber eher ein Unfall. Eigentlich waren es dann sofort alle anderen Staaten. Und die Sanktionsmechanismen, die es theoretisch gab und bis heute gibt. Sie haben nie gegriffen. Diese Stabilitätskriterien werden heute standardmäßig, routinemäßig von fast allen Ländern gebrochen. Hunderte Mal inzwischen fast immer sanktionsfrei. Das ging immer noch eine Weile gut. Es gab keine allzu großen Verwerfungen. Und im historischen Rückblick, das habe ich aber 2007 noch nicht erkannt, erst ein bisschen später, muss man sagen, das erste Euro-Rettungsvehikel und das große Transfervehikel, das tatsächlich stattgefunden hat und das es gab, waren die genannten Tage-Zweiseisen. Das führt selbst für unsere lange Sendung jetzt etwas zu weit, das alles zu erklären. Aber letzten Endes ist es ein Ausgleichsmechanismus auf finanzwirtschaftlicher Ebene, auf Ebene der Europäischen Zentralbank, der sicherstellt, dass Ungleichgewichte, die vor allem Handelsbilanzungleichgewichte waren, ausgeglichen werden können. Nicht real ausgeglichen, sondern nur buchungstechnisch. Aber damit laufen Forderungen auf, in diesem Fall zu Deutschlands Gunsten, weil wir eben mehr exportiert haben zu dem Zeitpunkt schon. Und zum ersten Mal messbar wurde das 2007, in dem die Tagezeiten langsam von Null aufwuchsen. Target ist ein reines Verrechnungskonto, das dürfte eigentlich immer mehr oder weniger bei Null stehen. Ein technischer Vorgang. Und seit 2007 ist das nicht mehr so. Die Seiten laufen auf. Eigentlich immer, fast immer unter gewissen Schwankungen zu Deutschlands Gunsten, in Anführungszeichen. Weil finanzwirtschaftliche Gunsten sind es nur dann, wenn diese Forderung einbringlich wäre. Das ist sie aber nicht in der Praxis. Und heute sind wir, wie du gesagt hast, bei 1,1 Billionen gelandet. Man kann das auch etwas vereinfacht übersetzen, dass Deutschland seinen eigenen Exporterfolg selbst kreditiert und finanziert hat. Aber irgendjemand muss die Zeche halt eines Tages zahlen. Wobei selbst das ist eine abendfüllende Debatte. Das war nur das erste Euro-Transfer- und Rettungsvehikel. Danach kam eben dann die erste offizielle Griechenland-Rettung im April 2010. Die erste südeuropäische Rettung im Mai 2010 über den sogenannten EFSF. Und dann die Einführung des europäischen Stabilitätsmechanismus ESM 2012. Hochumstritten auch hier im Bundestag. Da gab es tolle Reden, die leider alle das Papier nicht wert waren. Seit 2015 rettet die Europäische Zentralbank über permanente Anleihekäufe, die inzwischen ein Vielfaches der Tagezeiten ausmachen. Wir reden da inzwischen von 3 Billionen Größenordnung. Eher 3 Billionen. Das Sky is the limit. Es gibt hier offensichtlich keine Obergrenze. Und das sind Gelder, wo ich wirklich klar sage. Die werden niemals zurückgezahlt. Auf der positiven Seite. Und so argumentieren halt die Linken immer. Erstens, wir haben damit viel exportieren können. Unsere Exportwirtschaft hat damit Arbeitsplätze geschaffen. Das stimmt. Aber am Ende ist so ein permanenter, riesiger Eingriff des Staates halt förderlich für Fehlallokationen. Das Kapital, das noch dazu aus dem Nichts geschöpft wird, fördert zwar die Exportindustrie ein Stück weit. Das stimmt. Aber es ist ja auf Dauer nicht haltbar. Und meine ganze Volkswirtschaft wird so falsch ausgerichtet. Wir hätten vieles dieser Gelder im Inland investieren können für die eigenen Leute, sage ich jetzt mal. Das wäre wahrscheinlich besser investiert gewesen, als nur die paar wenigen Arbeitsplätze im Exportindustrie, die vielfach auch übrigens Aktienkurse getrieben haben von Firmen, die ja multinational sind in Deutschland. Das sind ja keine deutschen Firmen in dem Sinne. Ein Daimler gehört noch zum Bruchteil irgendwelchen deutschen Leuten. Also wenn man doch ansatzweise national denkt. Und das tue ich schon auch manchmal noch. Wir sind ja nicht nur Börsenhaie hier alle, die nur globalistisch denken. Ich habe nichts gegen internationalen Handel. Aber man muss zumindest, wir als AfD sehen und verstehen uns halt nicht nur als liberal marktwirtschaftliche Partei, sondern schon auch als nationale Partei. Und dann muss man schon sagen, also das System muss auch uns ein bisschen dienen. Und das tut es halt nicht mehr. Aber ich gebe zu, ja, es wurden auch Arbeitsplätze geschaffen und erhalten in der Exportindustrie. Aber um sehr hohen Preis, unsere Import, unsere Exportkosten sind vergünstigt worden zu einem aus deutscher Sicht zu günstigen Euro. Unsere Importkosten wurden auf der anderen Seite eben auch vergünstigt, also durch einen zu niedrigen Euro. Das sind längere ökonomische Debatten. Man kann es auch ein Stück abkürzen, politisch und auch vertraglich. Und darauf bestehe ich schon auch. Hätte es alles nie passieren dürfen, es wurde in den 90er Jahren hoch und heilig versprochen, dass genau das nie passiert ist. Es darf keine, es hätte keine Ausgleichszahlung geben dürfen. Und die Rechnung, das ist das Problem, auch in politischen Debatten, wird halt erst am Ende aufgemacht. Solange man immer weiter aufschulden kann, merkt es keiner und tut nicht wirklich weh. Es sei denn, wir kommen in Richtung realwirtschaftliche Inflation und an dieser Schwelle stehen wir ja inzwischen auch. Jemand zahlt die Zeche und die Rechnung wird am Ende aufgemacht. Wir machen diese Rechnung auch am Ende dieser Sendung auf, weil ich glaube, das ist so auch eine spannende Frage. Welche Ergebnisse hat das denn eigentlich? Was kostet es den normalen Bürger? Diese Art von Politik, denn die ist sehr, sehr teuer für den normalen Bürger. Aber ich möchte erst mal tatsächlich auf diesen geschichtlichen Aspekt jetzt einfach eingehen. Wir feiern heute, das ist nicht wirklich was zu feiern, aber wir begehen heute diesen 20. Jahrestag, den 20. Jahrestag der Bargeldeinführung des Euro. Aber das ist ja keine Idee, die am 1. Januar 2002 mal eben aus der Büchse sprang, sondern das hat ja wirklich einen Vorlauf. Und du hast es ja auch schon ein bisschen angesprochen. Es gab auch dann während der Euro existierte natürlich eine Krise und eine vor allem systemische Veränderung nach der anderen im europäischen Gefüge. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wie kommt man eigentlich als souveräner Staat auf die Idee, seine eigene Währung, die uns immer gut bedient hat, mit der wir Exportweltmeister lange Zeit auch waren, die unserer Wirtschaft geholfen hat, die für hohe Gehälter gesorgt hatte, die für ein angemessenes Zinsniveau gesorgt hatte und so weiter mit einer Bundesbank, die ein absolutes Inflationsziel verfolgt hat und sich davon auch nicht abbringen ließt. Also wie kommt man mit so von so einer Konstruktion kommend auf die Idee, sich auf so ein Experiment wie den Euro einzulassen? Nicht alles ist Konsens, was ich jetzt sagen werde. Und du musst mir erlauben, ein bisschen Bogen zu schlagen. Ich halte den frühen Teil kurz. Ich habe ja schon erwähnt, der Goldstandard bis 1914, der klassische, war ein internationales Währungsgefüge. Alle Währungen waren bereits in einer globalen Einheitswährung fix an einen Gramm-Einheit-Gold gebunden. Das war eigentlich das Ideal einer Währungsunion. Es gab diese, ich sage mal zwischen 1860 und 1914 war das mehr oder weniger perfektioniert und in den geschichtlichen Jahren davor auch. Und selbst nach 1914 unter gewissen Spannungen, zwei Weltkriege immerhin, bis 1971, als der Dollar wirklich endgültig entkoppelt wurde von der Goldunze, 35 Dollar eine Goldunze, da war der Schluss. Am 15. August 1971 war Schluss. Und dann war Terra Incognita, unbekanntes Land. Niemand wusste, es war ein Weltexperiment, das noch nie einer versucht hatte. Die gesamte Welt hatte keine Rückbindung mehr an irgendetwas ihrer Währung. Trotzdem hat dieses Gedächtnis und natürlich auch das Stabilitätswille der Menschen, das Geld stabil zu halten, erstmal noch vorgehalten. Einige Jahre lang, in 1970er Jahren. Und das war jetzt auch noch nicht unbedingt die Zeit, in der jetzt über eine europäische Einheitswährung nachgedacht wurde. Es gab, um das auch noch abzuschließen, bereits sehr früh europäische Einigungsgedanken in Richtung eines der Vereinigten Staaten von Europa. Der Begriff wurde geprägt zum ersten Mal von Graf Kunhof Kalergi im Jahr 1925. Der hat zum ersten Mal das Wort Vereinigte Staaten von Europa in den Mund genommen. Auf ihn geht auch die heutige Paneuropa-Union zurück, die es immer noch gibt, die immer noch dieses Ziel verfolgt und ihm auch schon recht nahe gekommen ist, muss man sagen. Na gut, dann gab es eben die, bis 1945 wurde das nicht verwirklicht. Und dann peu a peu im Zuge der ersten Vorläufe der EU, Montanunion, EWG, EG, die eigentlich noch keine, kein Ziel hatten einer Währungsunion, kam mir der Sache der politischen Einigung allmählich näher. Aber es waren eigentlich wirtschaftliche Gemeinschaften, wirtschaftliche, noch nicht währungspolitische Gemeinschaften. Der erste, meines Wissens kann mich täuschen, der den Begriff zumindest mal akademisch dann nach 1971 benutzt hatte, war Friedrich August von Hayek, der in der Schrift von 1976 tatsächlich auf Englisch The Utopian Scheme of a European Currency Unit genannt hatte. Und er hat es ins Lächerliche gezogen, hat gesagt, wie der Name Utopian utopisch sagt, diese utopische Währungseinheitsidee ist eben utopisch. Also er hat nicht dran geglaubt, aber er hat sie zum ersten Mal ins Spiel gebracht. Und dann in den 80er Jahren, das ist bekannt, inzwischen bekannt, also musste das geschichtlich sich ein bisschen erarbeiten, da war der Höhepunkt der Macht der Bundesbank, der Deutschen Bundesbank in den 60er, 70er, 80er Jahren, aber vor allem in 70er, 80er Jahren gab es überall in der Welt starke Inflation, in Deutschland auch, aber etwas geringer, weil die Deutsche Bundesbank tatsächlich auf eine harte D-Mark geachtet hat. Und wir wurden bewundert für unsere sehr stabile D-Mark, was eine Mischung war aus restriktiver Geldpolitik unter damals noch integren, national denkenden Bundesbankpräsidenten und natürlich auch echtem realwirtschaftlichen Wachstum in diesem, ja immer noch Wirtschaftswunder, dann ab 1982 wieder in Deutschland und bis 1970 ohnehin. Also wir waren schon eine sehr starke Nation und im Ausland wurde die D-Mark deshalb einerseits bewundert, andererseits gefürchtet. Die Franzosen, und du bist ja auch Frankreich-Experte, haben in den 80er Jahren, das ist bekannt, Wege gesucht, Deutschland einzuhegen, weil es ist geschichtlich klar und auch bekannt und es ist auch nicht falsch, dass eine Wirtschaftsmacht früher oder später eben doch eine politische und irgendwann auch mal eine militärische Macht wurde. Und die französischen Präsidenten und ihre Berater sprachen tatsächlich ganz offen von der Forst de Frappe de l'Allemagne, also die Atombombe Deutschlands und damit war die D-Mark gemeint. Jacques Attali ist damit on record, das war ein Berater von François Mitterrand, französischer Staatspräsident in den 80ern und frühen 90ern, glaube ich noch. Und in dieser Zeit muss, das ist eigentlich belegt heute, die Idee geboren worden sein, den Deutschen die D-Mark wegzunehmen und das ging am einfachsten, jedenfalls war das das Ergebnis der Franzosen und auch anderer Kreise, indem man sie aufgehen lässt in einem großen europäischen Währungseinheitsprojekt. Und genau das wurde dann verfolgt. Es ist bis heute nicht ganz sicher belegt, ob man wirklich ernsthaft die deutsche Wiedervereinigung, die ja eigentlich unvermeidlich war, Helmut Kohl hat das in jedem Fall bekommen, ob man die davon abhängig gemacht hat, dass die D-Mark durch den Euro ersetzt wird oder nicht. Am Ende ist es aber auch egal. Also ich glaube schon, dass es ein Druckmittel war auf Kohl. Wir könnten dir die Wege in die Wiedervereinigung schwer machen, wenn du nicht uns versprichst, die D-Mark aufzugeben. Dafür spricht einiges, insbesondere, dass schon 1991 dann die Maastricht-Verhandlungen begonnen haben. Also nur ein Jahr, nachdem sozusagen die Ossis, also die DDR-Bürger, auf den Straßen skandiert haben, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Sie wollten ihre Ostmark endlich loswerden, ihren Alu-Chip zugunsten von der harten D-Mark. Und nur ein Jahr später verhandelt die deutsche CDU-geführte Bundesregierung damals über die Aufgabe der D-Mark in Form des Euro. Und es hat ein Jahr gedauert. 1992 wurde bereits der Maastricht-Vertrag unterschrieben. Es hat noch die ganzen 90er-Jahre gedauert. Man hat dann noch bis 1998, 99 verhandelt, ob man jetzt wirklich den Euro einführt. Es gab Verfassungsgerichtsurteile, das erste schon in 1993, das sogenannte Maastricht-Urteil. Dann gab es noch zwei, drei andere EU-Euro-Urteile. Aber am Ende hat es niemand verhindert, weder die wissenschaftliche Weisheit von damals noch integrieren Ökonomen, die alle gewarnt haben, ganz viele. Helmut Kohl war entweder im Wort oder er wollte es wirklich. Viele wollten es, Genscher, Weigel. Sie haben halt alle den Deutschen versprechen müssen, wir machen es super stabil, den Euro genauso stabil wie, zumindest mal wie die D-Mark, aber eigentlich so stabil wie Gold. Das hatten wir uns alles versprochen. Und man hat es mit Haftungsregeln, No-Bail-Out und keine Staatsfinanzierung durch die Notenbank. Alles untermauert. Bis heute ist das theoretisch Rechtslage. Theoretisch. In der Praxis hat es niemand interessiert. Und so kam halt das Unvermeidliche. Und die Skeptiker haben sich nicht durchgesetzt. Das ist im Prinzip die ganze Geschichte bis 1999. Da sind wir aber bei einem wesentlichen Punkt. Also während man früher einfach diesen Goldstandard hatte, der für eine Stabilität gesorgt hat und danach nationale Notenbanken, die mit einem entsprechenden Denken für ihr Land und für ihre Wirtschaft ja auch diese Stabilität der Währung betreut hatte, hat man im Endeffekt diese eigene Kontrollmöglichkeit über die Stabilität der Währung einem Vertrag, einer Vertragsklausel anvertraut, die da sagte kein Bail-Out. Und diese Maastricht-Kriterien eben von diesen besagten 3% maximaler jährlicher Neuverschuldung vom Bruttoinlandsprodukt und 60% Gesamtneuverschuldung. Ich glaube, der Euro-Raum insgesamt ist jetzt mittlerweile bei über 70%. Ich weiß nicht, ob die 80% schon geknackt sind mit den Corona-Krediten. Da haben wir schon über 100% inzwischen. Im Euro im Schnitt über 100%. Auch Deutschland ist über 70%. Gut, gut. Dann haben wir da im Endeffekt fast um das Doppelte die ursprünglich vertraglich vereinbarten Klauseln überschritten. Das bedeutet, uns wurde im Wesentlichen diese Stabilität weggenommen. Diese Stabilität wurde versprochen. Wir tragen das ja so in die Verträge ein und die Verträge gelten. Aber die Verträge werden faktisch mit den Füßen getreten. Das ist die Realität. Wir sind ja jetzt schon fast philosophisch. Theoretisch müsste das halten. Das hat sogar verfassungsrechtlichen Status. Europa-Verträge dürfen zwar nicht EU-Verfassung heißen, weil es ja immer noch die Fiktion eines Staatenbunds aufrechterhalten wird. Und ein Staatenbund hat keine Verfassung, sondern die ihn tragenden Mitgliedstaaten haben Verfassung. Da lege ich auch einen gewissen Wert drauf. Auch wenn Olaf Scholz das permanent in Abrede stellt im Koalitionsvertrag, ist sogar vom föderalen Bundesstaat Europa die Rede inzwischen seit ein paar Wochen jetzt. Das ist das erklärte Ziel der Art Vorlesung. Das ist das erklärte Ziel, weil wir sogar ein Verfassungskonvent in diese Richtung machen. Hochgradig gefährlich. Das ist also alles ohne Volksabstimmung eigentlich nicht zulässig. Da gibt es auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Lissabon von 2009, zum Lissabon-Vertrag von damals. Also eigentlich ist das alles nicht zulässig. Wir bekommen relativ viele Zuschriften jetzt nicht nur wegen des Euro. Ja, ihr seid ja Patrioten, aber eigentlich seid ihr ja Verfassungspatrioten. Was nicht ganz falsch ist, wir halten den Rechtsstaat sehr hoch, viel höher als immer behauptet wird. Und wir werden ja immer als böse Radikale dargestellt. Dabei ist das Radikale an uns ein Teil davon, dass wir auf das Recht pochen. Ja, das Radikale auf uns ist, dass wir dem deutschen Volke dienen, was am Westportal des Reichstags steht und was 45 Mal im Grundgesetz steht, was aber irgendwie alle anderen vergessen haben. Also wir sind deshalb radikal, weil alle Geisterfahrer hier sind und wir noch auf der richtigen Seite fahren. Und irgendwann ist man dann mal radikal, wenn man Radix an der Wurzel am Rechtsfahrgebot festhält, wenn alle anderen es aber nicht mehr tun. Also das ist mein Empfinden, deins wahrscheinlich auch, je länger ich hier im Haus bin. Genau. Und deshalb wird uns manchmal vorgeworfen, ich bekomme viele dieser Zuschriften, ihr seid nur noch Verfassungspatrioten. Was nicht stimmt, also wir sind schon auch Kultur und mit Leib und Seele und auch Emotionalpatrioten. Aber wir sind natürlich auch Gesetz- und Rechtsstaatspatrioten, das stimmt schon. Und ein Stück weit haben die Zuschreiber recht, wenn sie sagen, das ist was Blutleeres. Niemand kann sich an einer reinen Verfassung satt essen oder satt leben, das reicht nicht. Und hier sieht man offensichtlich, ja, man kann sich erstens vielleicht nicht ganz emotional damit anfreuen mit dem Euro und zweitens, es reicht wirklich nicht, denn er ist die Buchstaben inzwischen nicht mehr wert, auf denen er gegründet wurde. Egal, ob es jetzt der Maastricht-Vertrag ist, diese Regeln wurden in den europäischen EUV überführt und teilweise auch in nationales Recht. Also es gibt viele theoretische Anker, die eigentlich sogar Verfassungsrechtsrang haben. Das ist nicht nur einfach Gesetz. Und wie wir jetzt gerade aktuell sehen, um mal einen Sprung in die Gegenwart zu machen, es gibt jetzt sogar eine europäische Verschuldungskapazität, die eigentlich auch wieder nach oben offen ist und schon im ersten Anlauf vor ein paar Monaten über eine Billion erreicht hat inzwischen, was es nie geben dürfte. Die EU ist als Staatenbund nicht verschuldungsfähig, das ist meine apodiktische Aussage. Und doch wird das jetzt einfach gemacht. Und natürlich geht das gegen sämtliche Ideen, gegen Regeln. Ich kann euch Broschüren geben, die 1995 Theo Weigl rausgegeben hat, wo genau das Expressis Verbis ausgeschlossen wurde. Hier wird alles mit Füßen getreten, worauf die Versprechungen gegründet waren der 90er Jahre und damit der Euro. Aber wie kam das denn letztendlich? Also wir haben da diese Situation, dass jetzt plötzlich wir Verschuldungskapazitäten haben, Tage-Zwei-Salden haben, überall mit Billionenbeträgen versehen. Wie entwickelte sich das eigentlich in der Existenz des Euro? Wir sprechen ja immer noch über das Geschichtliche ein bisschen. Seit 2002. Also 2002 wurde diese Währung eingeführt. Die Leute dachten sich erst mal nichts Böses. Und für Unternehmen war es erst mal ein bisschen praktischer, weil man ja die Transmissionskosten vermeiden konnte, in andere Währungen zu tauschen und so weiter. Und es wurde insgesamt ein bisschen einfacher. Die Idee des einheitlichen Marktes, so die Befürworter, wurde ja damit im Endeffekt ein bisschen mitgetragen und unterstützt. Aber wir sehen ja, dass entsprechend im Laufe der Zeit diese ganze Euro-Politik aufgeweicht wurde. Und ins Gegenteil dessen verkehrt wurde, was mit der Zeit versprochen worden war. Was war so dieser erste große Block, sozusagen der gegen diese Verträge stand? Du hast es gerade schon gut zusammengefasst. Im Laufe der Zeit. Es ist ein Zeichen unserer Zeit. Ich sage mal seit 1945, dass es keine großen Revolutionen, auch keine militärischen Eskalationen mehr gibt. Zumindest nicht auf globaler Ebene, im Regionalen schon. Sondern dass wir Freiheit und in diesem Fall Währungsstabilität in kleinen Scheiben verlieren. Und eben auch den Rechtsstaat. Das ist mein Empfinden. Vieles wird erst mal über Soft-Law ein bisschen Raum gestellt. Oder es wird einfach faktisch gebrochen. Dann wird es Soft-Law und irgendwann wird es Hard-Law im Sinne von jetzt müsst ihr euch ja wirklich dran halten. Und beim Euro-League ist es so, es ist eine unvollständige Aufzählung, aber ich habe es so empfunden und ich habe das schon sehr genau verfolgt seit 2000, dass der erste Stabilitätsbruch der Maastricht-Kriterien von mehreren Ländern damals schon, es wird immer nur Deutschland zitiert, aber es waren mehrere, alle schon 2003, einfach da waren. Damals gab es große Schlagzeilen. Oh, ein Land ist auf 3,1 Prozent Neuverschuldungslimit gerutscht. Und damit brucht das Maastricht. Das war damals eine Schlagzeile. Ja. Heute sind wir im Bereich, das ist jetzt keine Übertreibung, im Corona-Haushalt sind wir in Deutschland bei 40 bis 50 Prozent Verschuldungsquote bezogen auf den Haushalt. Und das führt, wenn man es umrechnet, auf etwa acht oder neun Prozent des Bruttoinlandsprodukts in einem Jahr. Das ist also bereits ein Bruch von 150 Prozent dieses Kriteriums, was hier einfach mal, das ist überhaupt keine Schlagzeile mehr wert heute. 2003 war es selbst ein minimaler Bruch von irgendeinem kleinen Land, das kann auch Italien oder sowas gewesen sein, war eine Riesendebatte unter Ökonomen und Politikern und da wurde der Euro bereits zu Recht in Frage gestellt. Das war ökonomisch und auch vertragsrechtlich. Ein Bruch und das wäre eigentlich bereits ein Sanktionsgrund und eigentlich sogar ein Ausschlussgrund dieses Landes bereits gewesen. Ja. Das wurde halt immer und immer wieder nicht gemacht. Irgendwann kam man dann mal auf die Idee, wir können es auch mal sanktionieren. Das war in der Finanzkrise, da gab es dann plötzlich Ausreden, ja die dürfen jetzt mehr Schulden machen, weil es ja eine Finanzkrise gibt. Aber vor der Finanzkrise 2007, 2008, 2009 ging das ja los, gab es noch die Tage zwei auch Schulden. Das war für mich der zweite Bruch und das erste Rettungsvehikel, das in Verträgen auch nirgendwo vorgesehen war. Das hat aber praktisch niemand zur Kenntnis genommen. Der erste, der es getan hat, war Hans-Werner Sinn 2010 und ich als Blogger 2000, immer noch 2010, aber Sinn war der erste. Wir haben es also erst drei Jahre nach dem Faktum überhaupt gemerkt. Und dann kamen die allmählich damals als groß empfundenen Rettungsvehikel. Bei Griechenland ging das los, ich erinnere mich an acht oder 15 Milliarden, was damals unvorstellbare Summen waren, um Land zu retten. Das ist heute überhaupt, das ist hier keine Debatte mehr wert, diese Größenordnung. Aber schon kurz danach, wenige Tage nach der Griechenland-Rettung kam der EFSF. Der war auch direkt über Kredite aufgebaut, die auch tatsächlich flossen. In der Größenordnung 30, 40, 50 Milliarden, also schon mehr, wenige Tage später. Und dann kam auf die Idee, das ist jetzt haushalterisch nicht mehr zu stemmen für die großen Länder. Jetzt müssen wir es über Garantien lösen. Und dann kam zuerst mal dieses unselige Garantiegespenst auf der ESM, der sehr große Rettungsschirm über bis zu 800 Milliarden, 600, 800 Milliarden, war eine Garantiekonstruktion. Alle Länder bürgen für ein paar andere. Und das hat dem Kapitalmarkt gereicht, um dieses Land kreditfähig zu halten. Griechenland war im April 2010 pleite. Die haben Jahreszinsen im April 2010 von 200 Prozent gezahlt. Das ist Pleiteniveau. So was kann man nicht lange aufrechnen. Griechenland war kurz vor der Staatspleite, was auch für dieses Land gar nicht so selten ist. Also das war schon x-mal in seiner Geschichte Pleite. Aber es durfte halt nicht zugelassen, es sollte nicht zugelassen werden. Es durfte nicht zugelassen werden, weil das ein fanal und ein fatales Signal gegen den Euro gewesen wäre. Wenn ein Land ausscheidet, dann wäre am nächsten Tag, hätte der Kapitalmarkt gegen Italien gewettet. Und am Tag danach nochmal gegen Spanien und dann im übernächsten Woche nach gegen Frankreich. Und das wäre es gewesen. Und das mussten die Herrschaften auch. Deshalb musste gegenseitig garantiert werden. Wenige Jahre zuvor hatten ja Steinbrück, der Finanzminister und Merkel in der Nacht der Nebelaktion schon für deutsche Staatsanleihen garantieren müssen. 600 Milliarden. Das wussten die in dem Moment gar nicht, als sie die Garantie aussprachen, für wie viel Sparguthaben der Deutschen sie jetzt eigentlich mit deutschem Bundesvermögen haften. Die wussten das nicht erst nachträglich. Hat der ausgerechnet, es waren ungefähr 600 Milliarden. Und so ähnlich war es auf europäischer Ebene dann auch. Am Anfang wusste man gar nicht, wie viel man hier garantiert. Es gab nur eine Obergrenze. Beim ESM waren das in 600 Milliarden. Da gab es langes Gerange, Verfassungsgerichtsprozesse. Was darf denn die deutsche Obergrenze sein? Das Verfassungsgericht hat dann 2013 oder 12 im ESM-Urteil 190 Milliarden festgesetzt. Selbst das wäre heute wunderbar. Wir sind in vier völlig anderen Größenordnungen. Kleine Scheibchen, man verliert Stabilität in kleinen Scheibchen. Und 2015 kam dann der nächste große Bruch. Das war die Idee. Jetzt reichen Garantien nicht mehr. Wir müssen jetzt wirklich Geld drucken und geben die Staatshaushalte aber nicht her in der Größenordnung. Wir haben dann von Billionen gesprochen zum ersten Mal. Und dann blieben nur die Notenbanken. Also letzten Endes die Europäische Zentralbank, die über ihre Dependancen, über ihre abhängigen Dependancen, mehr sind die heute nicht mehr, unter anderem über die Bundesbank, tatsächlich dann Geld ausgezahlt haben, Anleihen aufgekauft haben, Staatsanleihen. Und plötzlich waren die Staaten wieder flüssig, weil wenn ein Staat eine Staatsanlei begibt und verkauft an den einzigen Käufer. Es gab nur einen Käufer, das war die EZB. Dann ist er halt plötzlich wieder liquide und kann dann plötzlich entweder Transferzahlungen machen oder es für eigene Zwecke einsetzen. Das ist das Spiel, das seit 2015 läuft. Inzwischen sind drei oder vier große Anleihkaufprogramme aufgelegt. Und wir sind inzwischen bei mehreren Billionen. Die Bilanz der Europäischen Zentralbank, an der sich das ganz gut ablesen lässt, hat sich allein in diesem Jahr 2021, glaube ich, von 7 auf 8,8 Billionen erhöht. Das sind riesige Sprünge in einem Jahr. Alles nur durch diese Anleihekäufe. Und das ist das aktuelle Spiel, das läuft. Und weil selbst das jetzt nicht mehr reicht, weil man sagt, wir brauchen jetzt nicht nur die EZB-Ebene, sondern wir brauchen doch auch wieder die haushalterische Ebene, ist man jetzt auf die Idee gekommen, jetzt müssen wir auch die EU selbst aufschuldungsfähig machen. Die müssen jetzt Schulden machen können. Das macht die EU jetzt auch im Zuge des dir sehr bekannten Next Generation EU-Programms, das 800 Milliarden ungefähr umfasst und das auch nach oben offen ist. Ich sagte voraus, das wird auch die Billionengrenze noch sprengen. Im Moment hat man die Ausrede, sage ich mal, Corona-Notlage. Das ist hausalterisch sehr willkommen. Und über diese Ausnahmesituation, Finanzkrise, Griechenland-Rettung und jetzt eben Corona, werden die Grenzen immer weiter ausgedehnt. Formal ist immer noch das Maastricht-Kriterium oder die Maastricht-Kriterien von 1993 in Kraft. Formal gibt es immer noch Nationalstaaten. Formal gibt es immer noch keine Verschuldungskapazität der EU. Doch, die gibt es jetzt. Das ist tatsächlich ein echter Dammbruch jetzt. Seit ein paar Monaten gibt es die jetzt. Und so, sage ich, wird aus dem Faktum, das bereits geschaffen ist, Geld drucken, illegal, Geld umverteilen, ebenfalls illegal, wird dann irgendwann hard law, man passt dann die Struktur der EU an das, was ohnehin schon gemacht wird. Das kannst du wahrscheinlich mehr erzählen als ich. Aber das ist das, was permanent den Euro schwächt, ihn gleichzeitig und das das Paradoxe und Perverse aber auch am Leben erhält. Weil ohne dieses Ganze, ich gebe ja zu, ohne das wäre der Euro schon lange Geschichte. Also ich bin sicher, er wäre 2010 Geschichte gewesen. Die Retter von Griechenland und auch EFSF-Retter und dann später, man hat nicht mal Zypern rausgelassen 2013. Das winzige Zypern hat man nicht rausgelassen, weil es psychologisch nicht verkraftbar gewesen wäre und die Kettenreaktion unabsehbar im Euro. Wenn das nicht gemacht worden wäre, da hatten die Retter sogar recht damals, dann wäre der Euro und damit die EU, ist meine feste Überzeugung, damals zusammengebrochen und wir hätten heute eine völlig andere Welt. Man hat ja den Euro aufgenommen, um die Europäische Union an sich zu stärken und auch zu untermauern. Deswegen steht es ja auch im Europäischen Vertrag letztendlich drin, die Währung der Europäischen Union ist der Euro. Ja, also da wird das ja bereits im Endeffekt so vordefiniert. Deswegen haben ja die Politiker das nicht rausgelassen. Aber Ursula von der Leyen, die zur Kommissionspräsidentin angetreten ist, aufgrund der Auswahl von Merkel und Macron, das muss man ja immer wissen, dass es keine freie Wahl gewesen ist, sie stand nicht mal, sie wurde bei der Europawahl nicht irgendwie als Kandidatin beschrieben. Sie wurde im Endeffekt niemandem beworben, sondern es ist bekannt, dass sich Merkel und Macron im Vorfeld der EU-Wahl, ohne dass der Bürger darüber informiert worden wäre, zusammengesetzt haben und Ursula von der Leyen daraus erkoren haben. Und das dann auch durchgedrückt haben mit entsprechenden Versprechen an die anderen Mitgliedstaaten, dass diese Frau auch Kommissionspräsidentin wird. Und wenn man sich ganz genau erinnert an diese Anfangszeit von Ursula von der Leyen, dann erfährt man da, dass im Endeffekt Ursula von der Leyen bereits von Anfang an in ihrer, in ihrem Eingangsstatement, in ihrer, in ihrer, sage ich jetzt mal Kommissionspräsidenten-Erklärung, eine Regierungserklärung ist es ja nicht, forderte, dass zu ihrem Green Deal, das ist ja auch diese neue Idee der sozial-ökologischen Transformation, die jetzt auch die Ampelkoalition eben hier vorträgt, dass sie zu diesem Green Deal einen Fonds brauchte und da hat sie eine Billion Euro vorgestellt. Und da zu dem Zeitpunkt hat doch jeder gesagt, kannst du vergessen, geht überhaupt nicht. Ein Jahr später kam Corona und plötzlich ist genau dieser Corona, dieser Green Deal Fonds, den sie wollte, jetzt als Corona Fonds eben tatsächliche Wirklichkeit geworden. Und daraus finanziert werden ja eben auch keine Ausgleichszahlungen, die irgendwas mit Corona zu tun haben, sondern daraus werden finanziert die Projekte der digitalen und ökologischen Investitionen, wie sie dort immer proklamiert werden. Darf ich da kurz reingehen? Das ist ja das, was ich eben schon sagte. Es werden eigentlich geltende Rechtsprinzipien einfach mal faktisch verletzt und irgendwann wird das Recht nachgezogen. Das ist auf nationaler Ebene, wir zeichnen das hier im Dezember auf, also auch passiert im Bundestag, gerade ganz aktuell wieder, beim sogenannten Nachtragshaushalt, zweiter Nachtragshaushalt, den Christian Lindner eingebracht hat als neuer Finanzminister. Und er hat 60 Milliarden Neuverschuldung vorgeschlagen, die ausschließlich nur wegen der Corona, angeblichen Pandemielage durch Corona zulässig sind. Das ist weit über der Schuldenbremse als Verfassungsrat in Deutschland, ist aber seit März 2020 ausgesetzt und Hunderte von Milliarden bereits gebrochen worden, von der alten Großen Koalition, jetzt auch von der Ampel sofort gebrochen worden. Aber weil sie halt sagen, wir haben ja die Pest da draußen und deshalb brauchen wir ganz viel Geld, um die Pestfolgen abzufedern. Heute waren es, oder jetzt in dieser Woche waren es jetzt mal wieder 60 Milliarden. Und jetzt sollte man denken, okay, es ist ja logisch, dass dieses Geld, was für Corona, wegen der Corona-Notlage aufgenommen werden kann, nun auch für Corona-Folgen im weitesten Sinne meinetwegen eingesetzt wird. Aber far from that, es ist auf deutscher Ebene genau das, was du eben auch erzählt hast. Es wird eben nicht für Corona aufgewendet, sondern für einen Klima- und Transformationsfonds, der ganz neu ist. Also genau das unterstützt exakt die EU-Agenda, wovon der Leine auch in Brüssel genau dasselbe macht. Auch da Verschuldung unter Corona. Prämisse der Next Generation EU-Transformationsfonds konnte nur wegen Corona quantitativ ins Leben gerufen werden, auch überhaupt gesetzgeberisch ins Leben gerufen werden. Und er wird fast ausschließlich, da machen die auch gar keinen Hehl draus, ist keine Schamgrenze da, wird für völlig andere Zwecke verwendet. Nicht ansatzweise für Corona. Und das Gleiche ist hier auf nationaler Ebene jetzt im Dezember auch passiert. Das Geld wird zu 100 Prozent in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds, den die Bundesregierung ganz neu ins Leben gerufen hat, gesteckt. Und das ist die permanente Fakten-Schaffung. Später wird das halt dann alles vergemeinschaftet. Irgendwann ist man bei den Vereinigten Staaten von Europa. Scholz hat es ja in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Schauen wir mal, ob es in den nächsten vier Jahren schon soweit kommt. Denn dann müsste ja eigentlich auch Frankreich seine Grande Nation aufgeben. Das glaube ich jetzt eher nicht. Aber faktisch wird es doch so gemacht. Und wenn Scholz ja gleichzeitig sagt, das hat er auch nochmal wiederholt in seiner Regierungserklärung im Dezember, ich kenne keine roten Linien mehr. Was ist denn das für eine Aussage? Das ist eine Aussage, ich kenne auch keine rechtsstaatlichen roten Linien mehr. Ich kenne keine Verträge mehr. Ja, also Kaiser hat ja glaube ich vor 120 Jahren gesagt, ich kenne keine Parteien mehr oder vor 100 Jahren. Das sagt er aber nicht, weil der Kaiser Wilhelm hat ja immerhin noch nationalstaatlich gedacht. Also Olaf Scholz denkt eindeutig nicht mehr nationalstaatlich. Eigentlich müsste er ehrlicherweise sagen, ich kenne keine deutsche Nation mehr. Aber gesagt hat er, ich kenne keine roten Linien mehr. Und er hat gesagt, er arbeitet für die Denationalisierung. Das hat er gesagt in seiner Regierungserklärung im Zusammenhang mit der Globalisierung, die ja nur demokratisch kontrolliert werden müsse, etwa zum Beispiel durch eine Digitalsteuer. Also das müssen wir leider auch festhalten aus dieser Plenarzeit, die jetzt seit der Kanzlerwahl gelaufen ist. Olaf Scholz ist kein Bundeskanzler, der für die Bundesrepublik Deutschland eintritt oder für das deutsche Volk, sondern er fordert die Denationalisierung, die ja natürlich entsprechend auch über diese EU-Programme weiterführen wird. Aber ich habe in dieser Sendung den Eindruck, dass das Wort Schulden fast häufiger fiel als das Wort Euro. So eng sind die beiden Themen ja offensichtlich miteinander verbunden. Synonyme. Ja, aber wenn wir jetzt über diese ganze Situation sprechen, dann ist doch die große Frage, wer zahlt die Zeche? Also es wird ständig geredet über Nachhaltigkeit. Es wird ständig geredet über die junge Generation. Ja, hier laufen im Bundestag unglaublich viele Grüne mittlerweile rum. Die sehen ja aus, als wären sie direkt von der Demo und sind irgendwie Anfang 20 und protestieren da für Nachhaltigkeit. Es gibt ja auch die ökonomische Nachhaltigkeit. Was bedeutet es ganz konkret für zum Beispiel einen heute 20-Jährigen oder eine heute 15-Jährige, wenn jetzt ein Lindner hergeht und in diesem Nachtragshaushalt mal eben 60 Milliarden Schulden mehr aufnimmt? Was bedeutet es konkret für die junge Generation, wenn auf europäischer Ebene solche Programme geschmiedet werden wie PEPP, ESM und so weiter, die ganzen Kürzel fielen? Ja, es ist ja eigentlich auch egal, wie das Kürzel heißt. Letztendlich steht ja dahinter eine Garantie für irgendwelche Schulden, die auch irgendwann einmal zum Zuge kommt, bezahlt werden müssen. Und diese Schulden müssen ja auch irgendwann abgetragen werden. Was bedeutet das ganz konkret für die junge Generation? Das ist keine ganz einfache Frage, weil man immer lange braucht, um das zu erklären. Die Folgen sind nicht sofort erkennbar und teilweise, so wird es ja auch verkauft von den Linken, sind die Folgen sogar positiv. Wenn viel Geld auf dem Tisch liegt, das es vorher nicht gab, dann sind zumindest die, die das Geld sofort bekommen, im Vorteil können sich damit was kaufen und finden noch nicht inflationierte Preise vor. Das heißt, sie können sogar auf einem normalen Preisniveau einkaufen. Irgendwann, und damit habe ich es ja schon genannt, ist es halt doch inflationär. Es ist aber nicht alles inflationär. Dieser Einwand wird mir auch öfter vorgehalten. Nicht unbedingt von Grünen, die verstehen das nicht. Aber es gibt durchaus Zuschreiber, die sagen, ja, am Ende des Tages sind diese Schulden, die die EZB selbst aus dem Nichts schöpft oder auch die Nationalstaaten aus dem Nichts schöpfen oder auch die Bundesregierung aus dem Nichts schöpft, am Kapitalmarkt aufnimmt und zu null Prozent sogar immer noch zu Negativzinsen, was ja eh ein perverses Zustand ist, begeben kann. Tun ja niemand weh. Lass uns das tun. Und das muss man tatsächlich ernst nehmen. Auch in unserer eigenen Partei gibt es diese Bewegung. Unsere Basis sagt mir teilweise auch unsere V-Ausschüsse. Ich habe gerade eine intensive Debatte zu diesem Thema gehabt im V-Ausschuss 2, den ich leite. Geld, Euro, Währungspolitik. Sind denn Schulden wirklich so schlimm? Natürlich sind sie im Sinne der schwäbischen Hausfrau schlimm, im Sinne des gesunden Menschenverstandes schlimm. Niemand kann auf Dauer über seine Verhältnisse leben, weder Personen noch Volkswirtschaften. Das stimmt schon. Man kann aber theoretisch auf dem Standpunkt stehen und das will ich nicht leichtfertig abtun, dass in einer Welt, in der alle verrückt geworden sind, in der jeder auf seine Rechnung möglichst viel Geld aufnimmt, die Inflationseffekte, habe ich ja eingangs erklärt, sozialisieren kann, ist es sinnvoll und logisch, so viel wie möglich Schulden aufzunehmen. Es kostet ja nicht, geradezu in der Welt des Nullzinses, die es ja zum ersten Mal in 5000 Jahren gibt. Wir hatten das bis 2018 niemals in der Welt, nie, nirgendwo. Es ist ausschließlich erzwungen durch die Macht der Nationalbanken, der Zentralbanken, die weltweit sich zusammengetan haben auf Geheiß ihrer Regierung und sagen, wir drucken jetzt und wir schaffen es tatsächlich, keine Inflationsfolgen dadurch zu haben. Und das schaffen die im Moment. Aber am Ende gibt es halt doch kein Free Lunch. Irgendjemand zahlt die Zeche und das Wahrscheinlichste, historisch Wahrscheinlichste ist halt doch Inflationsraten. Wenn die Gütermenge nicht hinterherkommt, hinter der Schulden- und Geldmenge, was letzten Endes dasselbe ist, dann müssen die Preise irgendwann hochgehen. Sie gehen jetzt inzwischen auch hoch im Rohstoffbereich, haben wir gewaltige Preissteigerungsraten. 18,5 Prozent habe ich gelesen beim Großhandel sozusagen Preisen und um die 6,5 Prozent beim Einzelhandel. Hans-Werner Sinn, der ja auch vorhin schon als Name fiel, prognostiziert auch, dass diese Inflation in großen Wellen weitergehen wird. Ja, ist so, sehe ich auch so. Wir haben das allerdings zugegebenermaßen schon seit 20 Jahren prognostiziert. Jetzt ist es soweit. Es gab abendfüllend wieder die Debatte, deflatorische Tendenzen, die dagegen liefen. Die Weltwirtschaft war derart produktiv und war so realwirtschaftlich so sehr am Wachsen, dass die Geldmenge irgendwo noch absorbiert wurde. Vieles wurde auch in Immobilienmärkten absorbiert, wo wir schon seit Jahren weltweit riesige Inflationsraten haben. Die werden nur von den Häuslebauern und Immobilienbesitzern nicht als Inflation wahrgenommen. Das ist ja schön. Die freuen sich, wenn ihr Häusle teurer wird. Nur die, die noch keins haben, die freuen sich halt nicht. Das geht aber in die offiziellen Warenkörbe nicht ein. Das gleiche gilt in Aktiendepots. In Anleihenmärkten ist wieder was anderes. Da wird ganz viel Geld absorbiert. Sogar die viel zitierten Kryptowährungen nehmen unfassbare Geldmengen auf. Da gibt es inzwischen eine Marktkapitalisierung von zwei, drei Billionen Dollar weltweit. Das ist Geld, das sonst irgendwo rumschwappen würde und natürlich die Preise kaputt machen würde und eines Tages auch tun wird. Das ist nur geparkt und deshalb kann man es schlecht sagen. Aber um auf deine Frage etwas konkreter zurückzukommen. Die jungen Leute, ich will nicht sagen, wenn sie clever sind, aber wenn sie sich anpassen und dazu werden sie ja fast genötigt, werden sich natürlich auf Transformationsprojekte draufsetzen, werden das, was der Staat und der Suprastaat EU derzeit finanziert, mit riesigen Summen. Und wenn es nur bürokratische Wasserköpfe sind, auch das sind Arbeitsplätze. Sie werden sich da reinsetzen, sie werden das machen. In Brüssel, du wirst dich vielleicht auch erinnern, als das Next Generation EU-Programm kam mit 800 Milliarden, mit denen fast niemand gerechnet hat, fast in wenigen Wochen wurde das zusammengezimmert. Plötzlich war es da und die größte Sorge der Brüsseler war, wir haben keine Projekte, wo wir so viel Geld reinstecken können. Das heißt, es war wirklich sinnvoll für junge Unternehmer, irgendwelche Projekte, die irgendwie grün oder klimaneutral verkauft werden konnten, ins Leben zu rufen und dieses Geld abzugreifen. Das ist natürlich eine völlige Fehlallokation aus Makrosicht. Das ist niemals produktiv, dieses Geld, aber es ist betriebswirtschaftlich für diejenigen, die da was machen, natürlich wertvoll. Und genau das passiert. Und damit werden Millionen und Milliarden von Arbeitsstunden und Ressourcen werden in die falschen Zwecke geleitet. In Klimazwecke, die irgendwo das Klima vielleicht in 80 Jahren für die übernächste Generation um eineinhalb Grad niedriger halten soll, was niemand zu unseren Lebzeiten noch beweisen werden muss. Das sind alles religiöse Ansätze, aber sie werden heute realwirtschaftlich unterfüttert mit unglaublichen Summen. Und diese Fehlallokationen ging immer schief. Das ist ökonomisch betrachtet fürchterlich derartige Fehlallokation. Der freie Markt ist der einzige, der Kapital, und zwar nicht Schuldkapital, sondern echt erarbeitetes Kapital, gedecktes Kapital, was wir früher noch hatten, der das allokieren muss in sinnvolle Projekte. Und das kann keine Planbürokratie. Aber genau das ist die Hybris der Linken und Kommunisten seit Generationen, seitdem Karl Marx das mehr oder weniger offiziell eingeführt hat. Und in Brüssel ist das heute verwirklicht. Wir leben heute in dieser Welt, in der alles planzentralistisch regiert wird. Im kommunistischen Manifest von Karl Marx und Engels von vor 140 Jahren oder so, 150, stand schon drin, wir brauchen eine zentralisierte Bank mit monopolisierter Geldschöpfungs- und Verschuldungs- und Kreditierungsmacht. Das stand da. Und genau das gibt es heute. Das ist die EZB in europäischer Ebene. Und wir haben hier letzten Endes den europäischen Kommunismus. Und das ist das Problem. Das sage ich jetzt so nicht auf Parteitagen, weil es ein bisschen zäh ist, das herzuleiten. Aber letzten Endes ist das unser Problem. Da haben wir das Problem aus Berliner Sicht, dass wir es natürlich in diesem Bundestag auch nicht ändern können, weil es ein supranationales Problem ist. Ganz genau. Also insofern, wenn du sagst, der Häuslebauer merkt es nicht, der freut sich höchstens noch, wenn seine Immobilie mehr wert wird, ist der große Verlierer der, der nichts hat. Insider-Outsider-Problematik. Die, die Sachwerte haben, profitieren erst einmal, zumindest formell, die, die keine Sachwerte haben, werden auch nie welche bekommen. Und das ist genau die Realität der jungen Familien heutzutage, der jungen Menschen, die versuchen, sich ein Häuschen irgendwo zu leisten. Und in Berlin und Umgebung oder in München und Umgebung ist das ja im Endeffekt fern jeglicher Realitätsoption. Es sei denn, man kriegt Negativzinsen für den Immobilienkauf. Das kriegt man auch nicht. Niedrig sind sie zwar, aber Ziel führt auch nicht. Die jungen Leute, um praktisch zu werden, stehen heute, und ich kann ihnen die Entscheidung auch nicht abnehmen, vor dem schwierigen Dilemma, das zu glauben, was ich sage und zu sagen, das ist eine völlige, gigantische Kapitalfellellokation und sich irgendwelche konventionellen Berufe zu suchen, die aber leider nicht subventioniert werden und deshalb nicht so gut bezahlt sind. Oder eben in diese fancy Scheinwelt der Klimareligion, CO2-Religion einzutauchen, mitzumachen, dann wird man zwar gut bezahlt, es ist aber definitiv nicht nachhaltig. Kann aber ein paar Jahre gut gehen, kann auch ein paar Jahrzehnte gut gehen. Deshalb weiß ich gar nicht, welchen Rat ich geben muss. Wenn sie Kapital haben, dann konservativ ansparen, in echten Sachwerten, aber ansonsten auch viel ausgeben. Und man kann durchaus auch was spekulativ in diesem Hype da anlegen, den die Grünen da anrichten. Es gibt, jede Generation hat ihre eigenen Probleme. Aber ich gebe zu, es ist eine schwierige Situation, weil man, wenn man rational denken würde, wenn man konservativ aufwächst und das alles versteht, was wir hier gerade diskutieren, eigentlich völlig gegen das handeln muss, was hier von der Politik erzwungen wird. Und man muss irgendwann sich entscheiden in diesem Weg, ob man mit dem Strom schwimmt und dann vielleicht sogar belohnt wird kurzfristig mit riesigen Subventionsgeldern. Vielleicht auch einen Job findet, der zumindest gut bezahlt ist. Aber dann Sinn macht, das ist eine andere Frage. Oder ob man den harten, konservativen Weg geht. Das ist nicht einfach. Ich habe selbst auch Kinder und weiß noch nicht ganz genau, was ich denen raten werde. 20 Jahre Euro, letztendlich ein Erfolg oder eine Katastrophe? Gut, also aus meiner Sicht eine Katastrophe mit Ansage. Aber der Höhepunkt, die Katarsis vor allem in der griechischen Tragödie wird noch kommen. Wir sind noch nicht im fünften Akt. Das dauert noch. Ich sage hier, und das ist mir ganz wichtig am Ende dieser Sendung, nicht das Ende des Euro voraus. Das kann noch Jahre dauern. Gerade durch die ganzen Mechanismen, die wir gerade diskutiert haben, vor allem der Neuverschuldungs-, Aufschuldungsmechanismus und eines Tages die offiziellen Vereinigten Staaten von Europa mit der Aufgabe der Maastricht-Kriterien, mit der offiziellen Aufgabe des Nobel-Outgebots, also mit der vollen Transfergemeinschaft, kann sich diese EU noch Jahre erkaufen. Also das kann noch zehn Jahre gut gehen. Zum Preis von? Zum Preis von Planwirtschaft, Planzentralismus. Wir haben das alles schon schleichender Inflation und immer schnellerer Inflation. Und wenn das zu schnell wird, dann sind linke Bürokraten immer sehr schnell an der Hand, Kapitalverkehrskontrollen einzuführen. Am Ende sind wir beim chinesischen Modell der Lebenssteuerung, dann diktiert von Brüssel oder wo auch immer. Und das ist keine schöne Welt. Also die Freiheit bleibt auf jeden Fall auf der Strecke. Und das ist das Gefährliche. Und deshalb ist der Euro auch, ist ja eigentlich nur ein Vehikel. Der Euro ist nicht das letzte Ziel. Wie immer ist Geld nur Mittel zur Macht. Und wenn aber die Macht falsch eingesetzt wird, dann ist halt das Geld dahinter auch zu bekämpfen. Und das tun wir. Also nicht nur 20 Jahre Euro, sondern auch 20 Jahre Segen an der Freiheit. So kann man das vielleicht ausdrücken. Peter Böhringer war mein Gesprächspartner heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und vor allem trotz aller politischer Probleme ein frohes und glückliches Jahr 2022. Ein frohes neues Jahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.